Ist das quasi Schleimerzeugnis von der Pille-Mann-Peripherie, was ich teile so... Egal, ich kann ja nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht liegt das an der Pille-Mann. Boah, du portest nur die ganze Zeit, das ist so scheiße. Seh ich grad auch hinterfnappen. Ja, dann renn ich mal ein bisschen, guck mal. Links, rechts, jetzt sag mal, wie das aussieht. Na, das geht jetzt sogar. Ja. Ich hab übrigens auch sofort AIDS bekommen, als mich das viergegriffen hat. Alter. Nee. Ah, aha, da ist er. Bissiger Wolf-Tibor. Ich seh ihn gar nicht da. Ah! 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 Ich will Blut. Ich will noch deinen Dings, aber... Und, hab ich? Ja. Für 85.000 Schroll-Patrouillen jetzt, wer brauch für dieses dreckige Scheiße. Ja, so, wie machen wir das jetzt mit einem anderen Server suchen? Achso, ähm, Blutprobe hast du genommen? Äh, ich hab, glaub ich, das noch rausgekramt, ja? Nee, musst du noch. Zeig dir mir an, dass du noch nicht hast. Was ist... Das wird mir nicht mehr angezeigt. Bei mir ist das durchgestrichen. Bei mir gibt die Blutprobe in Temfu ab. Ah, Tatsache, okay. Okay. Ja, voll zagen! So, Dörfer wechseln. Wie, wie, wie jetzt am cleversten? Alle Hauptmenü und dann... Ja. Selbst dabei brauch ich schon wieder eine Einweisung. Ich hab... Wir enden. Ja. Escape Z. Escape Z. Ach, ja klar, ist intuitiv. Ah, jetzt zum Hauptmenü, ja klar. Zum Hauptmenü. Genau, ja. Das ist so... Boah, wie Sinn das ist! Wie viel Sinn das ist, boah. Sie sind auch heute so gut deutsch geäst. Gut deutsch geäst. Ja, fangen wir mal damit an, ne? Hallo? Wer ist da? Hallo? Hallo? Wer ist da? Wer klopft denn da? Hallo, wer ist denn da? Wer ist denn da? Wo ist mein Whiskyglas? Sag mir, wer ist denn da? Wer klopft denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer klopft denn da? Wer klopft denn da? Ich drücke jetzt auf Spielen wieder. So, ich muss da irgendwo reinkommen. Mach mal. Und ich quetsch einfach mal ganz kurz hier mit der Tube. Was holst du denn da raus? Was ist das? So, Deckel ist ab. Und jetzt erstmal gucken, ob da noch was drin ist. Ah, ist leer, oder? Ah, ein bisschen ist noch. Was haben sie denn da rausgequetscht? Billemann. Billemann haben sie rausgequetscht. Ja, ah. Einen Billemann. Ist das quasi Schleimerzeugnis von der Billemann-Peripherie? Was ist das? Egal, ich kann ja nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht liegt das an der Billemann. Boah. Was schlaberst du da, ey? Was schlaberst du für einen Moll, Mann? Boah, ey. Hey, oh, oh, oh. Ich nehme da, ich kann es voll auch durcheinander. Boah, der ist so schnell beim Laden. Da könnte ich nur sagen... Ja, ich bin jetzt auch schon drittes Mal raus, wenn er rein. Einfach, weil ich das genieße, weil die Ladezeiten so schön schnell sind. Gleichfalls. Also, ich bin definitiv auf einem anderen Server, weil mein Camp weg ist. Okay, ich bin, äh, Sunstain automatisch, keine Ahnung. Ich bin irgendwo, ich bin irgendwo drauf, ja. Ja, ich bin auch irgendwo drauf. Ich bin voll drauf, Alter. Aber jetzt die Frage, sind wir auch zusammen irgendwo drauf? Wahrscheinlich nicht. Ich lade euch mal in eine Gruppe ein. Oder sind wir noch? Ja, Fusionskern gefunden. Ähm, was muss ich dann machen? Ich fühle mich hier... Escape C. So, kann ich einfach... Soll ich einem von euch einfach mal beitreten? Ja, mach mal. Alter, was sind denn Grubenhauer? Ich trete dir nochmal bei. Wie geil sehen die denn aus? Hast du die schon mal gesehen? Wen? Pascal Grubenhauer. Nee. Die sehen aus wie diese schwarzen Magier aus Final Fantasy mit der Laterne. Im Messer. Okay. Die sind hier gerade bei mir. Level 40. Wow. Hier war auch einfach ganz Cross'n Generator, wo ich ein Core rausgedreht hab. Oh, come on. Do you want more? Diese Maschinen, wo die Cores drin sind, die sind eigentlich auch gar nicht mal so selten. Da hab ich jetzt auch schon einige von gesehen. Aber die Cores sind halt nie da. Rate mal warum. Die müssen noch produziert werden. Richtig. Ich verstehe. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber... Es gibt halt... Einige Leute, die die ganze Zeit von Server zu Server springen, um einfach nur den guten Loot abzugrasen. Und Leute, die halt gelegentlich mal spielen, werden halt diesen Loot niemals sehen, weil er für die nie da ist. Alter. Da krieg ich ja... Da hab ich schon... Sofortstandard. Willkommen im MMO-Geschön. Sofort Hals. Da hab ich sofort Hals. Trink doch einfach, meine Herren. Fressen muss ich jetzt auch wieder. Ja, ich muss gleich auch. Super Mutant Level 60. Fick dich doch. Ich will... Komm, lass uns... Bin ich jetzt... Ich bin irgendwo bei dir, glaube ich. Wo könnte es so sein? Jetzt wird es mir erst die Minigun, die da oben drauf liegt. Ja, Minigun, Munition. Ähm... Ich bin weg. Ich hab ne Minigun, Freunde. Geil. Kann ich wahrscheinlich gar nicht benutzen, aber ist egal. Wahrscheinlich nicht. Okay, ich kann die Blutproben jetzt zurückbringen. Stimmt. Vor allem ohne Powerarmor, wenn die kann benutzen, ist hier so'n Ding. Als wenn du einen Panzer mit den Füßen schiebst. Äh... Fred Feuerstein-mäßig. Das fällt sich. Das Erste, worauf ich hier komme, wäre aber ja. Der bei Joe Mo, 99, ist hier am Kämpfen mit mir. Ich hör doch irgendwas. Ja klar, da. Ich kann jetzt gar keinen Kuchen mehr drücken. Der macht gar keinen Wetz-Modus hier mehr bei mir. Ja, ja. Keine Ausdauer? Nee, nee. Ich hab mich bei ihm ausgemacht. Ich wollte es jetzt grad einfach nicht, dass er ein bisschen das nutzt. Jetzt esse ich erstmal hier den 60er-Super-Mutanten. Oh. Jo. Servus. Grüezi. Der Bojobo. Grüß dich. Sind Sie eine Frau? Meine Herren, wir hätten drin sein müssen. Boah. Es gibt her den Schmolk. Was kommt denn da? Da kommt ein... Ist, glaube ich, ein Kollege. Ja, Walter. 250 GP. Warte. Hey Sascha, schützengewehr. Ja, ein Jagdgewehr. Gut. So, ich spiel definitiv die Tuba. Ja, die kann ich jetzt auch bauen. Ich bin grad hier im Medical Center wieder. Alter. Na ja, warum werd ich denn nur getroffen? Jetzt geht der Wetz-Modus wieder. Ja. Oh Gott, nehm ich da mal. Na. Grad beim Nachladen. Ach, die Krankheit, die ich hab, die heißt über ein Grotzrohr. Ich klau uns gut. Ist das ja eigentlich von einem Spieler? Nee, ne? Nee. Nee. Was? Wann krieg ich denn immer so fett jetzt grad eins reingesetzt? Achso, warte mal. Wir sind gar nicht in der Gruppe, ne? Achso, nee. Ich treff ihn nicht, ja klar. Boah, warte. Ey, was ist das? Komm, ich leite jetzt mal ein. Einladung habt, da müsst ihr mal... Ich kann nicht. Ich bin hier die ganze Zeit im Kampf, weil einfach wieder krasse Guts kommen, die mich jetzt schon fett angeschossen haben. Ich mach mal eine schnelle Reise in deinem Rettstum. Dann ist hier halt auch dieses höher-levelige Gebiet schon. Das war ja das, was ich bei den letzten Sessions schon meinte. Ich ziehe genau auf die und die Treffer zählen teils nicht. Das ist das allernervigste, ey. Die müssen halt irgendwo sparen, damit sie an den Servern gemacht werden. Dann müssen ja schließlich die Adam-Points irgendwie wieder reinkriegen. Also laufen die Server gerade einfach mal modemmäßig auf eine 8-Volt-Batterie. Ich muss echt ein bisschen aufpassen jetzt gerade. Boah, war es schon wieder Schuss. Was? Alter, warum... Jetzt falle ich... Boah, hier war kein Boden drin. Boah, ist das super. Und direkt lande ich wieder... Mein Gott, ist das... Alter, der eine läuft mit einer Mülltonne um den Bauch. Was ist das? Das habe ich gar keine so schlechte Idee. Ja. Eine Idee... Oh, mein Gott, ich wechsle... Boah, komm. Das ist jetzt gerade einfach nervig. Ich will nur diese scheiß Mission abgeben, ey. Und ich komme hier zu gar nichts. Alter. Wie sieht er denn aus, warte? Alter, ohne Licht sah der besser aus. Auf welchem Shortcut liegt nochmal, ähm, Stimpack? Ha. Ha? Ja. Ja. Aber das ist... Hm. Ich versuch's immer wieder. Ah, da ist er. Die B. Stehen wir wieder hier. Stopp. Komm, wieder an die meinen den Team ein. Ja, wenn da jetzt was kommt. STRG... Tab. Devulation, genau. Eine Ahnung, annehmen. So. So, wo habe ich denn jetzt die Minigun? Für Level 35. Feuerrate 273. Reichweite 2. Ja. Sniper, äh... Minigun. War das hier unten? Ja. Correct. Ja. Wer ist es? Der da oben. Ach, hier ist auch einer. Ja, und ich hab dann einfach mal wieder einen Fusion Core. Tada. Ich hab jetzt einen Fusion Core einmal gefunden. Einen mit, äh, 100 Ladungen. Wohl nicht mal, wie wäre das ist. Muss ich jetzt noch was am Computer machen? Ja, jetzt glaub ich... Blutproben analysieren. Aber mit Fusion Cross, damit solltest du dann auch aufpassen, weil die wiegen drei. Okay. Das ist viel, ey. Ich bin nämlich momentan dann auch so langsam an dem Punkt, wo ich sage, reicht. Und vorbeugend besorge eine Typ-T-Sicherung. Genau. Habt ihr das schon, oder müsst ihr auch noch... Die habe ich noch nicht. Das ist sehr, 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 sehr weit oben, glaube ich. Warte mal, wo war das denn? Überseekoffer. Boah, Überseekoffer. Ach nee, das ist ja ein Überseekoffer. Och, scheiße. Boah, ist das nice, ey. Was haben wir hier, Terpentine? Das ist da oben. Nördlich, meinst du, ist das? Ja, ziemlich weit nördlich. Überm Flugzeugwrack. Oh, überm Flugzeugwrack. Wir können jetzt entweder zu meinem Camp reisen und für den Rest laufen. Ja, äh... Ja, dann kann ich auch mal Schrott lagern. Ich mach das einfach mal. So, wo ist denn da dein Camp? Bisschen... Noch weiter höher, ne? Nee. Bisschen tiefer. Noch weiter höher ist dein Camp. Bisschen tiefer. Das kann ich gar nicht ansteuern, oder wat? Doch, Bentauri Camp. Schnellreise. So. Dann führst du wie Harzer Roller. Och, doch, dieses Träumchen. Träumchen. Ah, I like it. Denk Schluckreflex, ey. Meine Herren. Meine Herren, er frisst meine Scheiße gern. Oh yeah. Oh yeah. Wir müssen hier wieder Instrumente finden. Hatten wir gerade. Ja, ernsthaft? Mhm. Scheiße. Scheiße, ey. Ey, das ist doch ein Scheiße, ey. Obwohl ich dich gemutet hab, höre ich dich zwischendurch. Das ist echt merkwürdig. Das ist die... Einhuhn. Ach, Pushhunter kommt ja auch bald. Ja. Ey, du kochst in meinem Klo. Mal reingeguckt. Bah, ist das geil. Boah. Bah, ist das geil. Bah. Na, ich hätte ich doch wieder einen Fusion Core. Jetzt kocht da scheiß Wasser ab, du. Nahrungsmittel, mehr Nahrungsmittel hab ich nicht. Leck mich am Arsch. Ja, ja, verlass die Station da mal. Jetzt kann ich auch mal gucken. Bastelwerkbank. Eine Werkbank zum Basteln. Werkbanks. Armbrustbolzen. Eine Armbrust wäre auch vielleicht, aber ich mein, man trifft ja nicht wirklich. Ich krieg's halt Kacke. Ja, und ist halt so eine Maschinengewehr-Armbrust, ne? Alter, was? Was? Das wäre ja schon wieder ziemlich... Nice. You're saying it, man. Achso, nee, dat wollte ich nicht. Ich wollte... Was war das nochmal? Nur aufbessern. Space modifizieren. Guck mal, da sp... Die Tuba. Der Mann reagiert gar nicht auf die Tuba. Wer? Du! Ja, ich bin grad hier im Dings-Menü. Was ist das? Was ist dein Problem? Wo ist die Tuba? Wie im Schlafanzug. Ja, Maurwurstraten, wo seid ihr Viechers? Der Mann würde sagen, wie er sagen würde, Viecher, Viecher! Viecher, Viecher! Viecher, Viecher! Viecher, Viecher, Viecher! Viech B, Viech C! Viecher! Wieso? Ja, das ist primär so. Taktisch solide. Kurz, Reichweiten, Zielfernrohr, Machete, Somerset Spezialpräzisionsschützen, Jagdgewehr, Leuchtvisier, warum kann ich, scheiße, ja, nennen wir es Bett. Ah, das ist, okay, 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 kann ich die Pumpgun noch irgendwie aufbessern, Pumpgun, kurz. Ich geh mal kurz in meine Toilette reinpissen. Oh, guten Appetit. Standard, warte mal, Standardvisier? Ach, hab ich, ja, klar, hab ich schon, Standardgriff. Verlängerter Lauf, solider, langer Lauf, aber was macht das? Steht eigentlich immer unten drunter und du siehst halt an den Stats auch, dass wir da lange Zeit, was sich verbessert. Okay, aber die Dings, jo, stimmt, stimmt, Reichweite ist dann mehr, Präzision ist mehr, wiegt aber auch mehr, macht aber nicht mehr Schaden. Stecherabzug? Boah, was, kann ich die dann schneller? Feuerrate? Feuerrate sieben? Komm, mach ich das mal, wenn das geht, anfertigen. Okay, hm. T, ich kann nicht reparieren, warum? Kleber, boah, leckt mich am Hintern, dieser verdammte Kleber. Na dann, verlass doch bitte. Warte mal, hab ich jetzt, ich dachte, schon wieder Quatsch hier, ja. So. Ja, Schimpanski. Ja. Ja, ja. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Ähm. Mann, wo ist meine Schrotpumpe jetzt hier? Pumpgun, Pumpgun. Ich find sie einfach nicht, weil ich blind bin. Ich hab's ja doch noch eben ausgewählt gehabt. Zähl mal die Knarre rein. Überlass. Den? Geil. Alter, das Nachladen ist mega. Hätte ich aber noch nicht fast, wenn ihr euch so gefunden. Auf dem anderen Charakter hab ich eine, ähm, Gitarrenwaffe mit so einer Axt. Gefällt. Ist doch schön laut, ey. Okay. Ein solider langer Lauf. Weißt du was, wenn ich das machen kann, mach ich das. Okay. Der Damage von dir ist auch 115. Das ist gut. Aber halt immer nur ein Schuss und eine lange Nachladezeit. Hab ich schon. Und 10 Millimeter Maschinenpistole. Meine Herren, viel zu viel, was man hier gerade wieder machen kann. Wenn man das echt nicht regelmäßig spielt, dann ist man... Ach, ich kann ja schon mal vorlaufen, dann könnt ihr euch auf mich porten. Jo. So, warte mal. An welche Werkbank muss ich jetzt um mir nochmal meine, ähm, Ausrüstung? Ja. Rüstungswerkbank, glaub ich, das macht Sinn. An die Rüstungswerkbank zu gehen. So. Modifizieren. Umgürtet. Blei verkleidet. Benötigt gar nichts, weil es schon ist. Okay. Oder? Ich glaub, ja. Mit Taschen. Raider, Brustteil, Taschen sind schon dran. Verschweißt, Raider-Rüstung ohne Extras. Verschweißt. Boah. Alter, gestärkt. Ist schon gestärkt. Ich hab keine Ahnung. Einfach grad überfordert. Aber hast du schön gemacht, auch mit den Postern? Ja, ne? Gefällt, ey. So, ich muss aber jetzt auch nochmal in die Kiste. Ähm, die vorher an die Bastelwerkbank. Und zerlegt deinen ganzen Schrott. Schrott hab ich... Ja, ja. Schrott hab ich schon zerlegt. Ähm. So, ich will aber ein paar Waffen loswerden. In die Kiste liegen, hat er gesagt. Was? Ja, ja. Guter Witz. Warum? Weil schon voll ist bei dir? Äh. Alter, was hab ich... Das ist mein Inventar jetzt. Ah, ja. Ich kann ja auch einfach mal auf Waffen gehen. So, Mehrzweig-Axt ist eh fast kaputt. Weil es halt bei mir momentan auch größtentat die Powerarmor-Chassis sind. Ich glaub, das sind sechs, sieben Stück jetzt mittlerweile. Wo dann Teile drauf sind. Ja. Und halt die Fusionskerne, die halt wirklich drei wiegen. Boah. Vielleicht komm ich auch irgendwie so... Boah. ...zehn Stück im Lager. Das läppert sich dann. Ja. Oder alles, was dann halt wenig hat, dann wahrscheinlich schon verkaufen. Die sind ja auch ein bisschen was wert. Nur die behalten, wo viel Ladung drin ist. So über 50 lohnt sich, glaub ich, erst dann. Ah, welche behalte ich jetzt im Inventar? Welche packe ich weg? Die eine... Ach, keine Ahnung. Ach, die hab ich eben aufgebessert. Da heißt, die packe ich weg. So. Warum hab ich die noch im Inventar? Leck mich doch am Hintern. Ich habe keine Ahnung. So. Den schreib ich nicht an. Wie soll ich... Wie soll ich denn da... Ach, man kann die nicht mal verkaufen. Vielleicht an andere Spieler dann irgendwo hinstellen. Das haben auch schon Leute vorgeschlagen, halt Verkaufsstände. Jo. Ähm... Ich werde auch mal ganz kurz Urin wegbringen. In Vault 76, our future begins. B diez t Sut das. Ja. Ja. Jan. determiningst one drink. Ja.